Herzlich Willkommen bei Milo's Alex. Jetzt mal was ganz anderes am Start. Bears vs. Art. Das ist ein Half-Brick-Spiel von den Herstellern von Frog Ninja und Jetpack Joyride. Ich hab das mal kurz angespielt. Bis Level 3. Ich muss sagen, das ist mega geil das Spiel. Da isst man halt ein Bär und muss man so Gemälde, so teure Kunststücke kaputt machen mit seinen Fingern so drüber. Warte, ich fang mal wieder von Level 1 an. So, wir gehen auf Play. Hier ist nochmal Trailer. Ja, ja, das räumt sich, ne? So, man muss halt hier Destroy All Art alle Gemälde kaputt machen. Fangen wir mal an. So, man kann nur von Wand zu Wand rollen, nicht in der Mitte stehen bleiben. Fangen wir mal an. So. So. So, hier. Man kann nicht in die Mitte. Man kann nur zur Wand. Das ist ein Gemälde. Da gehen wir hin. Müssen es so kaputt machen. Jo. Dann gehen wir hin. Man kann auch seitlich. Put machen. Und. Put machen. Put machen. Hand. So. So. All Art. Destroy it. Go to man. Wir gehen. Level 2. Nein! Fuck. zurück. So, L2. Es wird immer schwieriger. Da unten rechts steht auch, wie oft man sich rollen darf. Also, wie oft man rollen darf. So, noch 4, 3, 2, so. Level completed. Oder so. Wie schnell der ist. So, hier habe ich nicht weitergemacht. Doch, habe ich aber nicht alles. So, dann. So eine unendende Dimension oder so, wie man das sagt. Ich liebe dieses Spiel. Das ist nicht so geil. Ähm. Ja. So. Wieder alles kaputt gemacht. Weiter. Weiter. Ähm. Jetzt nicht. So, gehen wir weiter. Matrix. So. Da haben wir Zeit. Okay. Da. Da muss Geschick irgendwie vorgehen. Fuck. Hm. Toll. What the hell, oder? No. Ja. Geht's. Nein. Hä? Scheiße, die Zeit ist gleich um. Ja, geht doch. Lol. Macht schon Spaß. Also, ohne Witz ist das so geil. Schau, ich will. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt anfangt zu suchen im deutschen Store, das gibt es nicht im deutschen Store, nur australischen und im neidischen. Das ist ran jetzt so schwer. Fuck. Scheiße. Ich habe keine Bomben. Was mache ich denn falsch? Wenn ich das mache... Das jetzt schon nicht leicht machen sich stattfindet. Ich glaube, es nicht trug, was auch zu finden sind. Ja... Also Ja, wie der aussieht. Machen wir bis 10. Kann ich dich töten? Lol. Was muss ich machen? Achso. Nein! Alter. Ich warte, bis die hier hinkommen. Achso, ich kann mich frei bewegen. Jaaa. Das ist so genial. Jaaa. Ja, ein paar. Baby. Hi. Jetzt. Nein! Nein! Junge! Jaaa. Nein. Nein! Nein! Jaaa. Oh, da sind noch eins. Oh nee! Toll. Toll. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Geht auch einen Schritt nach vorne. Oh, ich hab Zeit. Oh, ich darf die nicht treffen. Ich habe jetzt noch einen abgeschaut. Oh, ich habe jetzt noch einen Abstand. Und dann kann ich noch einen abg! Und dann bin ich noch ein Abstand. Ich habe einen Abstand. Und dann bin ich noch weiter. Und dann bin ich noch ein Abstand. So, das vorletzte Level, dann stoppen wir mal die Aufnahme. Loll. Geil. Geh verrecken. Oh, geil. Bam. Ja. Da kommt jetzt irgendwas. Das da. Okay, viel Zeit hab ich noch. Das ist so gut. Junge. Toll. Wollen wir mich eigentlich verarschen? Alter. Alter. Was mach ich denn? Jetzt. Ja. Endlich. Toll, das hoff ich auch nicht mit versuchen. Ja. 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 Ja.